Herzlich willkommen zurück hier bei It Takes Two Zusammen mit dem lieben Hiski Da drüben Kuckuck Hallo Ich muss gleich mit der Kamera verschieben, weil die so weit links war Ja Genau, beim letzten Mal hatten wir Auf den süßen Spinnentieren Aufgehört und Ja, hier geht's jetzt wieder Cool weiter Ich sollte doch mit aufhören Bin mal gespannt, was jetzt noch so Äh Oh, das hat, nee, das hatten wir schon gemacht Ja, stimmt, das hat denn irgendwo anders gespeichert Oh, ja, dann müssen wir kurz mal auf und pausieren Und dann sehen wir uns da weiter, wo wir aufgehört haben Bis gleich Dann sind wir jetzt auch an der Stelle, an der wir Zirka aufgehört haben Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob wir das noch gefüllt hatten Oder nicht, das war jetzt nur dieses kleine Rätsel nochmal Aber ist ja gut Genau Okay, das hatten wir nicht gemacht, sonst hätten wir die Katze noch gehabt Stimmt Oh, nein, es ist ein Bruner Widow Doe etwas What do you want me to do? Oh, no, stop Come on, quick, mate, get off Oh, I get it She's their mom Oh, what a cute family Ja, das war's auch jetzt mit den Spinnen, okay Schade eigentlich Süß Ich hatte mal, macht halt irgendwie mehr mit denen Ja, schade, ne Die waren echt süß Oh Ach, nö Warum fliegen die denn? Warum? Uiuiui Okay, aber anscheinend ist Ja Dieses Kapitel sehr action Also, ne Sehr kampflastig Hier, am Boden Irgendwie schon, ja Komm schon nochmal, du Guck uns erstmal um einen Ja Lass mal einen loswerden hier Und runter mit dir Oh, du, no, nochmal Sehr schön Das Bisschen habe ich ihn noch erwischt Oh, dieses kleine Viecher Geht doch weg Sieh auf mich fokussieren Und runter mit dir Sehr gut Die Explosion sieht aber cool aus, muss man sagen Ja Oh Oh Okay Ja, dann Lass es saufen Oh, wie lange das dauert Ey, extra schön in die Länge gezogen hier Der Kaktus ist das geil Muss ich jetzt aufhören, oder Ich glaube schon Kaktusmann, schreite zu Tat Ach nö, nicht schon wieder Und da waren sie weg Immer diese Untergrund Oh, guck mal Klasse Nee Nein, nein, nein Das habe ich nicht gesehen Schade, die kann ich nicht ernten, die Pilze Oh, aber dafür wackeln sie so ein bisschen rum Und so berührt Ja, ja Ist ja gut Ist das ein Steinpilz? Oh Was ist das? Ja, jetzt habe ich mich auch gerade gefragt Muss auch drin stehen bleiben Steh, steh auch mal drin Bleib mal drin Hier, hier, da In den Schalen Was hast du jetzt gemacht? Lol Was ist das? Ist der von den ausgewählten Tausendfüßler? Was? Muschelschalen? Okay 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 Oh Oh, guck mal links, in der Mitte, ein bisschen von hier rechts. Lautstärkeanzeiger. Nein, ich bin in die Dinger gefallen. Hashtag Buggy schuld. Ja. Wie immer. Ist der jetzt schon wieder wach geworden? Ich glaube, ich war ein bisschen zu laut. Gott. Ich war das nicht. Nein, ich bin wieder in die Dinger gefallen. Einfach doch nicht bewegen. Ja, ist das geil, ey. Von mir aus kommt nichts mehr. Vergiss auch deinen Shift, also den Dash da nicht, ne? Die Luft. Ja. Genau. Das war's. Oh, schnell weg. Puh. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wie ist das hier, Motoröl und Holzwachs? Keine Ahnung. Hat er wohl entsorgt im Garten, sagt er. Oh. 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 Let's keep going then. Ich brauch, ich brauch deine Feuchtigkeit. Hm. Oh. 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 Weich und flauschig. Äh. 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 Du musst jetzt genau auf mir sein, die ganze Zeit. Wichtig, Gondi. Wichtig, die Giants. Ich bin super vorsichtig. Du bist derjenige, der nicht ein schlappiger Busch ist. Hihihi. Hihihi. Versuch mal, um wirklich an der Spitze von mir zu sein. Das ist, glaub ich, effektiver, als wenn du am hinteren Ende bist. Hey, Schleppers. Ich will nicht, dass du das Bete nehmen kannst. Oh, 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 oh. Ah, steck auf den Weg und mit dir mit dem. Gäme, vorsichtig, Mei. Herrlich. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Lauf. Puh. Ich dachte, wir wachen jetzt auf. Oh mein Gott. Ja, hab ich auch erst gedacht, aber... Oh. Okay. Andere Richtung. Ja, es muss ja auch mal ein bisschen spannend bleiben, ne? Ja? Ah, definitiv. Dann. Was passiert jetzt? Ach, du musst dich rüberschwingen. Oh mein Gott. Ey. Ja, dann. Ich warte hier auf der anderen Seite der... Viecher. Viecher. Ich bin das Grüne. Puh. Wie denn? Ich bin nur ein Stück Gras. Oh Gott, das musst du jetzt... Oh Gott. Jetzt. Puh. Das war knapp mit der Hand da noch, oder? Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Ich war Moos. Moos Mann. Oh, herrlich. Zerschneid ist. Macht das ungezieber platt. Ja. Oh nein. Oh. Ach, ich muss was machen? Ja. Ausweichen. Oh. Ich überlebe schon. Keine Sorge. Hä? Ich sag doch... Alter, wieso? Oh. Wenn du immer stehen bleibst, du musst S gedrückt halten. Ja. Habe ich eben gehabt die ganze Zeit. Raffe ich jetzt gerade gar nicht. Ah. Okay, ausweichen. Ah. Oh nein. Wie gesagt, ich überlebe keine Sorge. Ups. Jetzt bin ich eingesperrt. Tschüss. Gott, was ist das denn jetzt, ey? Ich will das nicht tun. Ups. Ja. Gott. Ich wünsche, ich habe lange Läge. Ja. Äh. Oh. Ah, ja. Oh. Ich dachte, er könnte uns holen. Oh, ja gut. Ähm. Oh, ist schon echt wies. Oh. Oh mein Gott. Ist er jetzt tot? Äh. Du bist auf jeden Fall tot. Jetzt aber erst. Hat aber gedauert. Ja. Ja. Oh. Ich bin wohl reingefallen. Ich habe es auch erst zu spät gescheckt. Oh, guck mal. Gnom. Gartenzwerg. Ja. Gold. Alles klar. Ist in Ordnung. Ja. Nein. Muss zurück. Was? Ich drücke doch schon die ganze Zeit. Was? Ja, gut. Gut, dass ich da runtergefallen bin, ne? Voll unbehaftig runtergefallen, muss ich sagen. Oh, dieser Sch... Oh. Oh, ja, das war ja was so. Oh, hi. Ich bin, dass sie alle... Ich habe dich ein Deal. Ah. Okay, da geht's. Oh, Gott. Das ist vergleichbar. Hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Hey, you take the fat one. Hey, I'm right here. You should do yoga like me. Dumbbells, dog. Come on, little clay boy. Nothing from you. Nothing from you. Hey, wooden ball. Over here. Hop on. Holzpuppe. Ah. Oh, sorry. Namaste. Alles klar. Ah, lol. Oh mein Gott. Oh, das wird von der Steuerung echt lustig, ja? Ja. Was ist auf dem Stuhl? Nichts. Okay. Vor allem sprechen die mit französischem Akzent, wo die Franzosen ja so gerne Froschchenkel mögen. Froschchenkel schmecken lecker. Kann ich nicht zu sagen. Hab ich noch nie gegessen. Genau deswegen hab ich gewartet. Ach so, man ist denn einfach weg. Ja, gut. Ach, das Ding dreht sich, aha. Ja. Ups. Oh. Er springt. Oh. Hm? Beinah nicht gesprungen. Oh. Äh, muss man denn gleich weiter, ne? Hä? Oh. Oh. Okay. Muss schnell bei denen sein. Er lässt das durchhalten, dann springst du höher und weiter. Ach so, warte, das muss ich nur... Aha, okay. Ja, alles klar. Oh, nein. Oh, so knapp. Oh, come on, ey. Geil. Geil. Irgendwann tappst du's noch. Kein einziges Mal am Rand abgeprallt. Jetzt, wo's drauf ankommt, prallt sie am Rand ab, Alter. Da bin ich. Noch deine Seite. Genau in die Mitte rein, so will ich das. Herrlich. Oh, die Dornen tun weh, okay. Sehr schön, du hast es geschafft. Und wie es hier weitergeht, würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge fehlen. Danke für's so sehen. Falls euch da Part gefallen hat, das noch ein Like da, schaut doch unbedingt bei der Buggy vorbei. Sie ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020